Musik Ich gehe rüber. Gut. Herr Gottschalk, danke. Kurt Krömer, meine Damen und Herren. Super. Ich darf mich noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Kurt Krömer. Ich komme aus Berlin, Neukölln. Mein erster Auftritt war, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Kurt Krömer. Ich komme aus Neukölln. Das war in dem Moment so. Ich bin mit der U-Bahn dahin gefahren und komme gerade aus Neukölln. Das wurde mir ausgeredet. Kollegen haben zu mir gesagt, das darfst du nicht sagen, Neukölln und so. Und dann auch mit deinen Berlinern. Das geht ja nicht. Du darfst nicht Berlinern. Das ist so ein Gossen-Jargon. Wenn ich jetzt zum Arzt gehe und da wird die Frage, was ist der Beruf, dann sage ich nicht, ich bin ein surrealer, postmoderner Sarkasmus-Clown. Das passt in die Spalte gar nicht rein. Da sage ich, ich bin Komiker. Jetzt muss ich aber mal fragen, hier in Mainz, wo ist hier der Bezirk, der Straßenzug, wo man auf keinen Fall wohnen möchte? Wie, alle Scheiße oder was? Nee, wie jetzt? Wie war das? Zwerchallee. Zwerchallee. Hört sich eigentlich erstmal ganz lustig an, wa? Also, falls Sie nicht wissen, was Neukölln ist, Zwerchallee. Ich bin Neuköllner, also ich bin in Neukölln geboren, komme aus einer Arbeiterfamilie. Also meine Eltern haben die ganze Zeit und arbeiten immer noch hart für ihr Geld und aus der Ecke komme ich. Also da war nicht viel mit Kunst. Wir hatten auch keine Künstler in der Familie, dass man sagen konnte, Opa Günther ist irgendwie Sänger an der Oper oder so. Ich habe die zehnte Klasse fertig gemacht, habe einen Abschluss dann gehabt und habe dann gesagt, Schule ist, also die Zeugnisse waren eh so schlecht gewesen, dass da keine, keine Fortsetzung stattfand. Also die Lehrer, meine, wie ich das mal kurz erzählen kann, meine Lehrerin, Deutschlehrerin hat der Obdachlosenzeitung Motz, man interviewt ihm und sagte, dass Alexander damals unter großem Applaus des Lehrerkollegiums die Schule verlassen hat. Ich habe mit 16 dann die Schule fertig gehabt und habe dann eine Lehre angefangen als Herrenausstatter. Ich habe die auch erfolgreich abgebrochen nach einem Jahr, weil mir das zu, zu oberflächlich war. Mich haben natürlich alle für bekloppt gehalten und gesagt, wirf dein Leben nicht weg, du musst eine Ausbildung haben. Und somit habe ich mir alles schön verbaut. Also ich habe immer gesagt, ich möchte jetzt auf die Bühne. Ich war dem Job gewesen, dass ich auf dem Bau war, ich war putzen gewesen, ich habe Zeitungen ausgetragen. Und also um da jetzt mal einen Sprung zu machen, weil das waren dann so, es gab die erfolglosen zehn Jahre. Wie kam es denn dann überhaupt mal zu diesem Gedanken, ich will Schauspieler werden? Hatte ich eigentlich nie. Also ich habe mich nie beworben. Ich habe mal hospitiert, weil ich mich damals als 16-, 17-Jähriger dafür interessiert habe. Und mir war beim Hospitieren, ich bin auch rausgeflogen, weil ich gelacht habe über die Hausaufgabenkontrollen, die da gemacht wurden. Wo Dörte denn eine Toastscheibe spielen sollte, die den Toaster verlässt. Und ich saß in der Ecke und habe gelacht und dann haben sich alle umgedreht. Ganz böse haben sie mich angeguckt und haben gesagt, also wenn das so weitergeht, dann müssen wir uns trennen. Und dann habe ich meinen Hut genommen und bin nach Hause gegangen. Und ab dato war dann für mich klar, ich möchte nicht in eine Schauspielschule, weil mir das zu, das ist mir zu ernst. Schauspielerei, ich habe da mordsmäßig Respekt vor. Ich habe das für mich so gedeutet, dass ich komischer Schauspieler bin. Und dass ich sage, wenn jetzt ein Verrückter gesucht wird, wenn meinetwegen irgendein Nerd gesucht wird oder so, jemand, der verzweifelt ist mit dem Leben oder der gebeutelt ist vom Leben, der ein Tramp sein soll auf der Bühne oder im Film, dann klingelt bei mir auch immer ein Telefon und dann schnappe ich auch zu. Ich bin mit der Bahn hierherkommen, ich bin mit der Bahn herherkommen, weil ich kein Auto mehr habe. Warte, vom Bahnhof bin ich hier zum Studio hergelaufen, weil die paar Grünen für eine Taxi nicht mehr habe. Johnny Chicago in dem Stück ist eigentlich eine arme Wurst. Also Johnny Chicago macht das, was ich alles nicht machen würde. Also da kommt ja drin vor, Promi-Dinner und Dschungelcamp, also Engagements, alle wahllos annehmen. Mit der Begründung, muss man machen, weil irgendwann ist es vorbei. Also ich glaube, dass Johnny Chicago extrem anders ist als Kurt Krömer. Und da ist es das Mindeste, was ich erwarten kann, dass ich mich hier kurz an die Zuschauer zu Hause richten kann und hier Daten abzumachen, auch für meine Show. Ja, natürlich, aber eben nicht, wenn die Sendezeit vorbei ist. Ich möchte nicht, dass hier was zu Ende ist. Ich will, dass das weitergeht. Ich sage auch immer, Humor muss nicht immer lustig sein. Man sagt ja immer, dass so die Verzweiflung und Traurigkeit immer dazu führt, dass man dann daraus unheimlich lustige Sachen machen kann. Weil das ist immer so eine gewisse Tragik. Also Komik hat ja auch immer Tragik. Das ist wie bei Chaplin. Und momentan ist das nicht mehr so eine selbsterlebte Tragik, dass man sagt, ich habe heute nichts mehr zu essen. Das wäre auch vermessen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe jetzt ganz große Probleme, weil ich habe nichts zu essen und ich habe kein Geld. Also das wäre dann nicht authentisch. Aber jetzt momentan, wenn ich zum Schreiben, wenn ich schreibe, dann habe ich meistens eine Wut in mir. Dass ich sage, das regt mich auf. Das regt mich auf, darüber möchte ich schreiben. Das ist eine Fortführung von der Traurigkeit rüber zur Wut, dass man sagt, jetzt lasse ich mal Dampf ab. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hole sie ab. Die eine Vision hatte ich, da habe ich in der Grundschule geputzt irgendwie. Da war ich natürlich immer alleine irgendwie. Um 14 Uhr habe ich da angefangen, habe die Flure sauber gemacht und die Klassenzimmer. Und dann stand ich da mit meinem Wischmopp und dachte mir so, geht das jetzt so 40 Jahre weiter? Oder passiert nochmal irgendwas? Und dann habe ich es halt immer weiter versucht. Also dass ich zum Beispiel dann in der Scheinbar war, in der Monumentenstraße und da meine ersten Auftritte machen durfte. Was teilweise auch von meiner Seite aus damals grottenschlecht war. Also die Leute, da war es auch so, dass sie applaudiert haben, als ich dann wieder weg war. Oder teilweise auch Tränenhaugen hatte, weil das wirklich weh tat. Also das war wirklich, da bin ich den Leuten, den Zuschauern heute noch dankbar, dass die überhaupt da waren. Und dass die gesagt haben, wir gucken uns das aber an. Herr Bufereit, wollen Sie was trinken? Jawohl. Warten? Wasser. Wasser. Keinen Sekt oder so? Nö. Shampoos? Ihr habt ja keinen Shampoos für das wahrscheinlich. Na doch, haben wir da. Ist ja öffentlich-rechtlicher Rundfunk, was habt ihr denn? Wollen Sie das aus dem Glas oder Pämms? Sie machen ja eigentlich politisch was. Sie unterstützen Projekte. Ja, ja, ich bin Schirmherr. Also ich habe jetzt, der aktuellste Stand ist, dass ich jetzt die Schirmherrschaft über Jans Neukölln übernommen habe. Ich mache jetzt demnächst wieder einen Rundgang in Neukölln, dass man sich die ganzen Institutionen, die es da gibt, anguckt. Dass man da hingeht und dass man dann natürlich sich mit den Leuten unterhält und fragt, wo fehlt es hier eigentlich? Und natürlich ist Geld immer das Thema Nummer eins, was fehlt. Aber es gibt ganz absurde Sachen, dass zum Beispiel Leute ehrenamtlich einen Lesezirkel für Kinder, meistens mit Migrationshintergrund machen wollen, die dann an Moby Dick oder so rangeführt werden, um das zu lesen, um einfach dieses Lesen auch zu schulen. Und die haben dann drei Bücher auf dem Tisch, weil sie das Geld nicht haben dafür. Und dass man sich sowas anguckt und dass ich dann immer sage, Geld kann ich jetzt auch nicht so scheffeln, dass ich jetzt alle Probleme in Neukölln beseitigen kann. Aber ich kann zum Beispiel beim Buchverlag anrufen und fragen, könnt ihr uns mal 100 Bücher schenken? Sie haben ja auch noch ein Leben außerhalb von Kurt Krömer. Gibt es da etwas, was wichtig ist für Sie? Meine Familie, klar. Also Familie ist ganz wichtig. Ich habe das für mich zum Beispiel so eingeführt, dass ich wie ein Beamter arbeite. Also ich habe Arbeitszeiten von 10 bis 16 Uhr und davor geht nichts und danach auch nicht. Und Samstasonntag ist immer frei. Ich liebe meine Familie. Ich sehe meine Familie, stehe morgens auf, lächle. Da ist eine Liebe. Dann gehe ich zur Arbeit, meinetwegen jetzt hier zur Aufführung und habe ja da auch so eine Liebe fürs Theater. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich meine Kollegen liebe, aber da ist auch so eine Liebe dafür da, dass man sagt, ich akzeptiere euch, ich finde das toll. Und da ist Liebe ein Motor. Das kommt irgendwann. Das küt wird küt und dann geht die Kiste zu, Erde ruft Feierabend. Das wartet, ne? Letzte Runde. Also ich glaube, dass man wiedergeboren wird. Deswegen habe ich vielleicht auch nicht so die Angst vorm Tod. Weil wenn ich jetzt irgendwie einen Apfel esse und den irgendwo hinschmeiße, dann sind da die Kerne drin und dann entsteht da wieder ein neues Apfelbäumchen und der Apfel ist dann weg und dann kommen eben wieder neue. Also das ist so Natur, man ist ja permanent im Kreislauf. Guten Morgen, Herr Chicago. Man spielt mit den Leuten. Wenn du hier, wie jetzt hier, 800 Leute hast irgendwie, dann ist das so ein Haufen von Menschen, die natürlich alle unterschiedlich sind. Jeder hat den Unterschied, wie schwer ein Tag oder vielleicht ist der eine im Urlaub oder kommt raus im Urlaub. Der andere hat sein Portemonnaie verloren oder hat Stress zu Hause und so. Und diese ganzen Leute kriegt man dann irgendwann so weit, dass alle gleich sind, und dass die das alles vergessen und dass man dann irgendwie so eine Masse vor sich hat, die bereit dazu ist, sich jetzt zu amüsieren und die eben für diese zwei Stunden, die die Aufführung dauert, erstmal alles vergessen. Und wenn ich das schaffe, dann gehe ich glücklich ins Bett abends. Und wenn das vielleicht noch am nächsten Tag anhält, dass sie im Büro dann noch sagen, ich habe gestern Kurt Krömer auf der Bühne gesehen, dann ist perfekt. Aber mehr kannst du als Künstler, habe ich jetzt, ich bin ja auch schon 35 Jahre alt in meinem langen Leben gelernt, das mehr kannst du nicht machen. Also ich glaube, dass man alles erreichen kann, was man möchte. Ich habe meinen eigenen Willen. Also da können sich 20 Leute hinstellen und sagen, finde ich nicht gut, was du da machst gerade. Wenn mein Bauchgefühl sagt, das ist in Ordnung so, dann habe ich halt 20 Feinde mehr, die sagen, der lässt sich da nicht sagen irgendwie. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, das klappt und dann meistens klappt das dann auch. Das hat auch mit Willen zu tun und zu sagen, dass ich nicht mit dem Strom schwimmen möchte. Durchhaltevermögen immer ganz wichtig, dass du immer sagst, jawohl, ich möchte, ich möchte, ich möchte, ich möchte. Egal, was passiert, immer wieder aufstehen, nach dem Hinfallen und weiterlaufen. Wir haben hier 60 Seiten Text. Wenn ich jetzt mein Soloprogramm spiele, dann habe ich da vielleicht vier, fünf Seiten Text und sehe halt so, dass ich durch Improvisation schon immer ansatzweise das Gleiche mache, aber anders gestikuliert, anderer Duktus. Und da ist jetzt hier anderes Arbeiten, aber ist auch schön. Was soll denn dieser Meta-Ebenenkack hier? Welche Sau soll uns das denn ablaufen, ey? Ich wundere mich übrigens auch, ja, dass die Leute heute hier auf Stühlen setzen und nicht auf Reißsäcken. Da fehlt bloß da jetzt die prophylaktische Beschimpfung hier vom Kritiker. Verstehst du, dass wir uns einen rauspicken und den dann erwürgen jetzt ein Spiralblock. Du hast hier was zusammengerammelt hier. Das geht auf jede Kuhhaut, Mann. Gerade als Komiker. Du musst manchmal auf der Bühne, um Sachen lustig zu machen, da musst du wie ein Vierjähriger sein, der vom Weihnachtsbaum steht und diese Christbaumkugeln sieht und die Augen glänzen. Das ist die Naivität, um die ich täglich kämpfe, dass ich meine Naivität eines Sechsjährigen behalte. Also da habe ich zu Hause auch ein Safe. Da kommt diese Naivität abends rein vom Schlafengehen und dann werden drei Türen zugeschlossen, dass mir das nicht entweicht, dass man diese Naivität ruhig behält. Das ist die Naivität, um die Nase zu machen. Untertitelung des ZDF, 2020